Wir wollen uns in diesem Video die Herstellung von Biodiesel und Bioethanol einmal ansehen. Also wie können wir Biodiesel aus Pflanzen gewinnen oder Bioethanol? Um diese dann als flüssige Treibstoffe zu nutzen. Was wir zunächst brauchen ist eine Herstellung von Ölen, also von Pflanzenölen. Das Verfahren ist stark vereinfacht, wenn wir uns jetzt mit der Herstellung von dem Biodiesel zunächst einmal beschäftigen. Wir haben also ein großes Silo, in dem jetzt unsere Pflanzen vorhanden sind. Und die geben wir dann über eine entsprechende Förderbänder-Zwischenbehälter eine Vorwärmung in. Das mache ich jetzt direkt mal schematisch in eine Schneckenpresse. Das heißt also wir haben jetzt hier einen Prozess mit einer Schnecke. Das mache ich mit solchen schrägen Linien an. Also das ist jetzt hier unsere Schneckenpresse. Wenn wir jetzt also hier unseren Rohstoff, unseren Bio-Rohstoff, die Pflanzen haben in einem entsprechenden Silo. Geben das jetzt hier rein. Vielleicht mal in einer anderen Farbe. Also in grünen geben wir jetzt hier das Saatgut, die Pflanzenreste entsprechend in diese Schneckenpresse. Dort wird dann entsprechend das herausgepresste Öl wird jetzt aufgefangen und wird dann in einen Truböltank gegeben. Das heißt wir halten hier dann einen großen, hier unten einen großen Tank. Wie gesagt, das ist schon starke Vereinfachung. Das ist jetzt der Truböltank. Das, was versteht man jetzt unter Truböl oder auch Pressöl, das ist jetzt Öl vermischt mit Trubteilchen. Das heißt es ist halt noch kein reines Öl. Also hier haben wir jetzt noch diese Trubteilchen. Und die müssen wir jetzt natürlich in einem Trubabscheider, müssen wir die entsprechend rausholen. Was hier hinten dann noch rausfällt, das ist dann sogenannter Presskuchen, der am Ende dann entsteht. Oder Rapskuchenlager, also ich nenne das jetzt mal hier Presskuchen. Also wenn wir jetzt mit Raps zum Beispiel arbeiten, das ist ja so eine Standardpflanze, die wir nutzen für die Ölgewinnung, Pflanzenöl oder Bioölgewinnung. Dann haben wir halt hier Presskuchen, den wir dann entsprechend im Lager auffangen können und dann später auch noch weiterverarbeiten können. Das ist also die feste Masse mit ein bisschen Restölgehalt. Das kann man zum Beispiel dann auch wieder in der Viehhaltung einsetzen und entsprechend nutzen. So dieses Truböl, das führen wir jetzt wieder in einen Aufreinigungsprozess. Ich deute es hier mal entsprechend an, dass wir jetzt also dieses Truböl dann in eine Kammerfilterpresse geben. Also wir pressen das jetzt in, sodass wir dort eine Aufreinigung bekommen. Kammerfilterpresse. Dann gibt es noch im nächsten Schritt, haben wir da noch eine Feinfiltration. Feinfiltration, die dazu dient, um jetzt noch letzte Reststoffe zu entfernen, Teilchen zu entfernen, sodass wir das dann in einen Reinöltank geben können. Das heißt, dann haben wir also das reine Pflanzenöl, was wir dann halt weiterverarbeiten können. Also das heißt, hier durch die Schneckenpresse kommt das Öl, das Truböl, das wird dann hier reingegeben, fließt dann hier durch diese Kammerfilterpresse, durch die Feinfiltration und am Ende in den Reinöltank. Das ist jetzt so das Grundprinzip. Damit haben wir den ersten Schritt bei der Biodieselherstellung geschafft. Aber das Öl ist jetzt noch kein Biodiesel. Da brauchen wir jetzt noch einen zweiten Schritt oder einen zweiten größeren Verfahrensschritt, um aus den Pflanzenölen dann in einem mehrstufigen Prozess den Biodiesel zu gewinnen. Das gucken wir uns auch noch einmal an, wie das jetzt nun funktioniert. Also wir haben jetzt unsere Pflanzenöle. Auch das möchte ich jetzt nur andeuten, ohne an der Stelle jetzt schon auf die Details einzugehen. Oder auf die einzelnen Teilprozesse. Also wir haben dann zunächst eine Rohstoffaufbereitung. Das heißt, hier erfolgt eine Teilraffination statt. unserer Pflanzenöle. Was wir dann noch, also wir brauchen dann teilweise noch Methanol, also Katalysatoren, um dann in einem zweiten großen Schritt die Umästerung zu vollführen. Ich will jetzt an dieser Stelle, wie gesagt, nicht auf die chemischen Details eingehen. Das ist jetzt aus der energetischen Betrachtung jetzt eine kleinere oder etwas anderer Betrachtungsbereich, den will ich jetzt aus energietechnischer Sicht nicht betrachten. Also was wir jetzt hier brauchen, das sind Katalysatoren. Also Stoffe, die wir zugeben, um dann aus diesen Pflanzenölen dann eine, durch die Umästerung, was erhalten wir dann? Wir erhalten dann daraus einen Methylester. Also diese Umästerung führt dann dazu, damit wir die Begrifflichkeiten einmal haben, eine Glycerinphasenseparierung. Glycerin. Also das Beides ist dann ein Prozess bei der Umästerung. Das ist der erste Prozess, markieren wir die hier vielleicht nochmal mit solchen Kästen. Eingangsmaterial sind unsere Pflanzenöle. Wir erhalten dann auf der einen Seite Methylester. Und diese Methylester, die geben wir dann in die Biodieselaufbereitung. Also der nächste große Schritt ist dann die Biodieselaufbereitung. Da geben wir Hilfsstoffe noch dazu. Um dann über die Methylesterwäsche. Das heißt, dass wir dort eine Reinigung vollführen. Wir haben dann im nächsten Teilschritt die Trocknung von dem Methylester. Also wieder der Entzug von Wasser. Das ist einmal ganz entscheidend. Und haben dann daraus entstehend dann unser Biodiesel. Das heißt, das ist entsprechend sehr nah am fossilen Diesel. Hier entstehen auf der anderen Seite noch weitere Stoffe. Also eine Glycerinphase haben wir noch. Da können wir dann Rohglycerin herstellen. Ich mache das hier nochmal. Also die Glycerinphase. Die wir dann in einem weiteren Schritt. Ich deute das jetzt hier mal mit den gestrichelten Pfeilen an. Da erhalten wir einmal Rohglycerin. Und über einen noch mehrstufigen Prozess, der uns an dieser Stelle auch nicht interessiert, haben wir noch Dünger, der bei diesem Gesamtprozess entsprechend entstehen kann. Also durch diese Teilraffination bereiten wir jetzt also unsere Pflanzenöle auf, um dann über diesen mehrstufigen Prozess am Ende das Entscheidende zu bekommen, nämlich unseren Biodiesel, den wir dann entsprechend einsetzen können. Auf der anderen Seite haben wir jetzt das Bioethanol. Das heißt also den Ersatzstoff, in Anführungszeichen, den biologischen Ersatzstoff für Benzin. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Rohstoffe, die wir dort verwenden können. Also das war jetzt der Weg des Biodiesels. Machen wir jetzt die Verfahrensschritte für die alkoholische Fermentation. Das ist natürlich jetzt auch wieder stark schematisiert und stark vereinfacht. Aber das Grundprinzip ist, denke ich, ganz wichtig zu verstehen bei diesen Verfahrensschritten zur alkoholischen Fermentation. Also was haben wir? Auf der linken Seite haben wir unseren Rohstoff. Das können jetzt verschiedene Pflanzenarten oder Pflanzenartige Biomassen sein. Wir haben einmal zuckerhaltige Biomasse. Wir können stärkerhaltige Biomasse verwenden, also Kartoffeln zum Beispiel. Oder als dritte Variante haben wir Zellulosehaltige Biomasse. Diese Rohstoffe geben wir jetzt in verschiedene Prozesse, um daraus dann entsprechende Rohmaterialien zu haben, die wir dann zur Ethanolherstellung nutzen. Also fangen wir unten an bei der Zellulosehaltigen Biomasse. Die müssen wir zunächst zerkleinern und malen. Um dann im zweiten Schritt den Ligno-Zellulose-Aufschluss zu erreichen. Also den Ligno-Zellulose-Aufschluss. Und im letzten Schritt brauchen wir noch eine Hydrolyse, die wir dann vollführen. Bei der stärkerhaltigen Biomasse, die müssen wir auch malen. Dann haben wir eine Hydrolyse. Im Prinzip eine, ja, ich sag mal, etwas flapsig. Flapsig ist vielleicht der falsche Brüfe, also ein bisschen allgemeiner ausgedrückt. Eine Verkleisterung. Und im dritten Schritt haben wir eine Dextrinierung, nennt sich das. Der stärkerhaltigen Biomasse. Dextrinierung. Eine Verzuckerung. Oder bei der zuckerhaltigen Biomasse haben wir auch einen ersten Prozess, nämlich das Waschen und das Zerkleinern. Und dann brauchen wir hier als zweiten Prozessschutz die Extraktion des Zuckersafts. Also wir wollen am Ende quasi ein zuckerhaltiges Substrat erhalten. Das ist immer so das Grundprinzip. Bei allen drei Biomassearten, also Herschung des zuckerhaltigen. Denn darauf wollen wir hinaus zuckerhaltigen Substrats. So, das heißt, das ist jetzt quasi hier der zweite große Schritt. Bei der Herstellung dann von Ethanol. Das heißt, diese Stoffe können wir jetzt alle zusammenführen. Und gehen hiervon aus und haben dann den dritten Schritt. Das ist dann die Herstellung von Ethanol. Das heißt, wir brauchen dann zunächst einen Gärprozess, also die Gärung. Dabei wird dann Kohlendioxid abgegeben. Wir haben die Destillation als nächsten Prozessschritt und die Rektifikation. Und danach im letzten Schritt noch eine sogenannte Absolutierung als dritten Schritt. Und am Ende haben wir unser Bioethanol. Und das ist dann ein Ersatzstoff, den wir verwenden können als Benzinersatz. Das ist der Plan, den wir dort entsprechend haben wollen. Man muss jetzt beachten, wenn man jetzt diese Stoffe vergleicht, also unser Bioethanol mit Benzin und Diesel. Da sind die Bestandteile ein bisschen unterschiedlich. Und das wollen wir zum Schluss nochmal einmal angucken, damit wir so ein bisschen vergleichen können. Also nehmen wir mal hier, das ist das Ethanol. Wir haben fossiles Benzin. Und wir haben Diesel. Wenn wir diese drei Stoffe jetzt miteinander vergleichen. Dann schieben wir das hier nochmal ein bisschen rüber, damit wir ein bisschen Platz haben. Machen wir ein bisschen hier unten hin. Dann haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr Platz. Also die Zusammensetzung, die stoffliche, und zwar Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff. Da sind wir beim Ethanol bei ungefähr 52%, 13% Wasserstoff und 35% Sauerstoff. Das Benzin hat einen höheren Kohlenstoffanteil. Beim Diesel ist der noch höher, nämlich 65% Kohlenstoffanteil beim Benzin, 86% beim Diesel. Wir haben beim Benzin, 65% ist hier Quatsch, das muss ja nicht gleich groß sein, das sind 86%. Und dann unterscheiden die sich minimal in der Runde, wir sind jetzt hier beides mal, rund 14% Wasserstoff und Sauerstoff ist überhaupt nicht vorhanden. Also das heißt, dort haben wir schon einen klar höheren Heizwert. Das kann man dann auch entsprechend angeben, also der Heizwert, jetzt kann man den angeben in Kilowattstunden pro Liter oder Kilowattstunden pro Kilogramm oder Kilowattstunden pro Liter. Wir geben dann direkt unseren, den Wert an den Liter. Ich denke, das ist bei Flüssigkeiten sinnvoll. Hier sind wir bei 5,9, knapp 6 Kilowattstunden pro Liter Ethanol. Beim Benzin sind es 8,9 bis 9 Kilowattstunden pro Liter und Diesel, da sind wir ziemlich genau bei 10,0 Kilowattstunden pro Liter. Also entsprechend hohe Energiedichten bzw. auf das Kilogramm ergeben sich beim Benzin und beim Diesel gleiche Werte. Da sind wir nämlich hier bei 11,8 bis 11,9 Kilowattstunden pro Kilogramm. 11,8, also das ist dann bezogen auf die Masse das gleiche. Hier sind wir nur bei 7,4 Kilowattstunden pro Kilogramm. Wir haben noch Unterscheidungen in der Entflampung, in der Zündtemperatur, Verdampfungswärme. Also es ist jetzt nicht ganz so, dass man es eins zu eins ersetzen kann. Wir haben also noch leicht unterschiedliche Eigenschaften, wenn man jetzt also diese flüssigen Brennstoffe nutzen möchte. Also es geht dann um das Thema der Phasenstabilität, der Materialverträglichkeit, wie sieht es mit der Klopffestigkeit aus oder auch allgemein dem Betriebsverhalten. Also vor allem beim Kaltanfahren, was hat was mit der Verdampfungswärme zu tun. Da haben wir dann entsprechend leicht unterschiedliche Eigenschaften, die sich einfach ergeben hier aus dieser stofflichen Zusammensetzung, aus den Heizwerten und den weiteren Eigenschaften, die sich jetzt aus diesen beiden Fossilen und dem Biotreibstoff ergeben. Das heißt, eine Substitution ist möglich mit Bioethanol oder Biotreibstoffen. Aber man muss doch ein paar Dinge beachten. Das ist, denke ich, ganz entscheidend.